hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel guardians of claudia start das spiel voll mit rein runtergeladen habe ich mein account habe ich gefunden und jetzt müssen wir noch kurz ein paar sekunden warten um das noch mal hochzuladen und da sind wir auch 100 prozent hochgeladen starten ich weiß leider nicht mehr ganz genau wo wir stehen geblieben sind levy 9 20 bin ich okay überspringen ab holen löschen löschen ab holen löschen, 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 löschen. Tasche. Überspringen. Zu spät. Ich weiß. Egal. Group Outfits. Einmal gratis. Bestätigen. Okay. Und dann haben wir hier noch. Hui. Was soll ich denn hier verkaufen? Das? Okay. Schatzsuche. Los. Sie sind mit der Regime. Ich bin mit der Regime. Ich bin mit der Regime. Die Regime ist nicht mit der Regime. Haustiere Weiter Ah, darauf gehen Okay Okay Hmm Okay Okay Hmm 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, bin ich ja fast down? Ich bin ja fast down. Oh, bin ich ja fast down. Oh, bin ich ja fast down. Events. Oh, so muss ich hier liken. Jo, das war's. Events. Und leuchtet immer noch. Aktivieren. Okay. 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 Heiler-Kristall gibt's nicht. So. So. Okay. Okay. Oh, ich kann sechs Stück beschwören. Weiß. Weiß. Weiter. 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 Okay. Das war's. Aber. Bye. 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 Haustiere. Details. Oh, habe ich aber viele jetzt. Oh, habe ich hier. Okay, eine hier übertreten. Okay, eine hier übertragen. Und dann nicht bei der Gigabyte Tritt. Nee, das war's. Tier Training. Ähm. Auf 23. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 24. Vielen Dank. Oh, da kommen ja schon welche. Hast du noch zwei? Oh, da kommen ja schon welche. Wow. 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 Vielen Dank. Okay. Einmal. Ich muss dreimal rein. Genau, die gleiche Gruppe wieder. Ach, oben rechts ist eine Liste. Ich bin auf Platz 3. Auf Platz 4. Der eine zieht uns durch, den ich eingeladen habe. Der Level 53er. Platz 2. Jawohl. Platz 3. Jawohl. Platz 3. Jawohl. Platz 4. Jawohl. Platz 4. Jawohl. Das war's für heute. Der eine ist raus, gell? Der eine ist raus. 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 Das war, wenn es nicht war. Hostia. Ah, noch zwei Löffel. Ja, befördern. Was muss ich machen? Zweimal? Versteckerausrüstung zweimal. Oh, da. Nächste Quest. Fertig. Es wird noch der hier. Ich schließe fünf Windjagd-Quest-Ketten ab. Abgeschlossen. Fertig. Die Mobis. Hi, die Mobis. Ah, vier Minuten bin ich hier drin. Ich denke mal nach dieser Zeit, werde ich dann auch beenden. Ich würde zwar gerne noch ein bisschen weiterspielen, aber es wird nur der Zeit bei mir ein bisschen knapp. Ich denke mal, dass es nicht so gut ist. Ich mache 57.000 xp in der Minute. Nice, nice, nice. Vier Goldbahnen, sieben Silberbahnen, zwei Truhen. Die letzten zwei Minuten noch acht Silberbahnen. Einmal xp in der Minute. Die das hier unten geht auch immer weiter höher. Naja, so soll´s ja auch sein. Wär schlecht, wenn da andere rumgehen würden. Irgendwann sperrte ich mal gehabt, da ging die XP-Leiste runter, wenn du gestorben bist. Konntest aber für Gold in den Spiel deine XP wieder zurückkaufen. Die letzte Minute, oder die letzten Sekunden. 7, 12, 4 bislang. 8, 12, 4. 8, 13, 4. 9, 13, 4. Und... 9, 10, 5. 8, 9, 10, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 13, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 19, 20, 16. Wind-Quest, ja, ich muss noch ein Level aufsteigen, aufsteigern, aufleveln, nochmal hier kurz gucken, annehmen, ne, geht nicht, fein, geht auch nicht, und den, ups, ist auch aktualisiert wieder, geht nichts, geht nichts, geht auch nichts, und geht auch nichts, gut, da war es das, dann nehme ich nochmal hier den roten Punkt mit, das war der hier, für 1,09 Euro, ne, dann lasse ich den roten Punkt da, ja, dann gehe ich hier nochmal auf Charakter, die Fähigkeit upgraden, und, ja, das war's, dann werde ich das Spiel mal beenden, und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, Schleppfisch, tschüss!